so ein wunderschönen guten tag zurück grüßt euch leute so in der letzten folge hatten wir das marine vor was ich eigentlich ganz cool fand allerdings ein bisschen zu kurz für meinen geschmack hätte ich hätte ein bisschen länger sein können aber naja so was hat brug denn endlich zu erzählen hier bin schon eine weile hier aber ich habe sanji nicht gesehen ok stimmt sanji wollte irgendwas holen diese komischen pilze was ist denn los habt ihr vergessen wie man zur seeuferhöhle kommt geht einfach den weg hier lang den da schätze ich meine gehen wir einfach mal los also marine vor war auch fand ich überraschend einfach und deshalb für typen die sind neu Die sind neu, oder? Gehen wir da lang? Da hinten ist noch eine Kiste, ne? Ich will nicht gegen die Kiste. Lass mich in Ruhe, ich will nur die Kiste da hinten. Oh, da liegt ein Würfel. Habt ihr den gesehen? Falscher Knopf. Wollt nur die Kiste haben. Gucken, ob sich der Weg auch lohnt für das Ding. Leck mich am Arsch. Irgendwas lag doch da, ne? Ach, da war kein Würfel. Da ist aber ein Würfel. Wo komm ich denn jetzt hier runter, verdammte Scheiße? So, gut. Da hinten war noch ein Würfel. Ich hab's genau gesehen. Ist das das Grab des Papageien, der laut Audio für Lim so wichtig war? Ob die nur die Blumen hier hingelegt hat? Ja, mit Sicherheit. Kann der Dicke was? Oh, Erfahrung. Sollen wir uns den holen? Ich weiß, wenn nachher der Basta-Call kommt, brauchen wir vielleicht die Erfahrung. So, machen wir die mal weg. Ganz entspannt. Können wir auch schnell machen, ne? Ich sammle jetzt einfach nur SP-Punkte. Ruffy hat nämlich auch keine mehr. Wir könnten eigentlich mal die neuen Fähigkeiten testen, fällt mir gerade ein, ne? Wow, 205. Wow. Horngewehr. Warte mal, was war denn neu? Den kannten wir, glaube ich, ne? Machen wir den einfach mal. Ja, genau. Den kannten wir. Machen wir mal ein bisschen langsamer, dann können wir die Fähigkeiten einmal kurz so antesten, wie die aussehen. Was hat Zorro denn? Wo war Zorro denn stehen geblieben? Extreme Tigerfalle. Und dann ist alles neu, ne? Onigiri. Ruffy, was kannst du denn? Ähm, Jet Gatling, ne? Der Rest war... Nee, Gumgum Riesenpistole, Red Hawk und Königsharki. Sagen wir mal Red Hawk. Nicht schlecht. So, wo waren wir stehen geblieben? Ähm... Den kannten wir. Diamond. Der war neu, glaube ich. Armpoint! Cocktail! Diamond! Der war auf jeden Fall neu. Fertig? Hoi. Die anderen beiden machen wir nicht, weil, äh, die geben keine Erfahrung. So, Red Hawk sah schon ziemlich cool aus von Rodney. Nein. Schön hier oben bleiben. Da unten war noch so ein Ding. Krieg ich das von hier oben? Oh, der war auch nicht. Was, links oder rechts? Ich muss mich in Ruhe. Ooi, Sanji! Anji, die sind. So, das ist, dass du jetzt in den Dachstuhl bist. Ich bin nicht mal gespannt, was hier alles so bei rauskommt. Da ist er doch. Da ist er! Sanji-kun, ja! Sanji! Juhu! Blupper-Penzo? Ah, 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 kino? Blubberpilze? Man, you can't do it. But how do you make a cola? Do you have to drink all of them? Why? I'm going to go back to the body of Brooke's body. Yes. If you don't have a cola, we can't move the shark sub-mage. There are only three of them. We don't have the entrance to the entrance, so let's go. Skywalkers are in. What? What? Is that all? Everybody! We need to go back! We need to go back to the entrance. I think it's here forever! Where are we going? Oh, what are we going to go back? Rinko, Onigiri, ne? Kokuzo, Utsu, Otatsu, Maki, Und ich hab einfach keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Das sah auch sehr geil aus. Oh wow, guck mal wie viel der alles verringert. Ja, ja. Der Redhawk hat einen Königshaki probieren wir mal. Cool. Das sah auch geil aus. Du hast auch neue Fähigkeiten, ne? Die drei, meine ich. Ja, 200, 230. Ja, aber kennen wir die Technik nicht? Oh, was ist das? Das ist ein Schaue. Ah, alle können sich alle mit sich auswählen. Ähm... Den hatten wir, ne? Heilung ist okay. Okay, Kung-Fu-Point, probieren wir mal. Nicht schlecht. 28.000? Wow. Hoffentlich holen wir bald mal Brooke. Ich hab richtig Bock auf Brooke. Wo muss ich denn hin? Hier runter? Ah ne, hier war diese Brücke, ne? Hier kommen wir jetzt gar nicht weiter. Oder brauche ich Ruffy hierfür? Mit Ruffy kommen wir hier auch nicht. Oh. Hä, warum muss ich denn hier hin? Da kommen wir mit Ruffy weiter. Oh, ich Ruffy. Okay. Oh, rein theoretisch kann Sanji doch mit dem Skywalk hier hoch. Rein theoretisch. Ich habe einen Blubberpilz gefunden. Blubberpilz erhalten. Gut, wir brauchen nur noch zwei. Vielleicht kommen wir mit dem Geruch weiter. Chopper, kannst du riechen, wenn diese Pilze wachsen? In der Nähe scheint es auf jeden Fall keine zu geben. Aber da müssen wir wohl weiter versuchen. Okay. 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 So, noch mehr Erfahrung. Halt, noch weiter. So, testen wir unsere neuen Fähigkeiten weiter, würde ich sagen, ne? Wo machst du denn? Du warst bei diesem hier. Das sah ziemlich cool aus. Todeslöwenlied, probieren wir mal. Ziemlich cool. Also, diese neuen Fähigkeiten, die sehen schon ziemlich cool aus. Oh, du hattest alles, ne? Red Hawk, Königsharki, äh, Harki, Ati. Gut, dann machen wir bei dir normale Angriffe. So, mit T-Hacken haben wir noch nicht alle, ne? Probieren wir den, boh. Robin ist eigentlich auch richtig stark, finde ich. Die haben auch so viele geile Fähigkeiten. Horngewehr hatten wir noch nicht, oder? Wow. Okay, du kannst gar nichts mehr machen. Aber wir können eigentlich mal... Wir haben ja jetzt quasi alle durch, ne? Wir können jetzt einfach mal die Kampf-Clo ändern. Franky geht rein. Wir haben ja auch noch alle neue Fähigkeiten. Sanji. Ähm... Ähm... Anami. Schau gar nicht. Wir machen es nicht. Wann haben wir denn da? Oh mein Gott. 200, 230. Wir müssen echt irgendwie gucken, dass wir mehr SP-Punkte kriegen. Ähm... Thunderlands Tempo. Was ist das denn? Oh, hatte ich was für sehr schnell gemacht, ne? Flambage-Shot-Kanten wird, glaube ich. War der neu? Ich glaube, der war neu, ne? Diablo Jump. Oh, R4. Oh, R4. Auch nicht schlecht. 83 Grad hoch. Okidoki. Weiter hoch hier. Ja, komm, hauen wir dich auch noch weg. Wir tauschen Zongo noch einmal aus, gegen Lissop. Die Fähigkeiten haben wir nämlich auch noch nicht gesehen. Ja, wie soll ein Grillding auf dem Boden? Du konntest noch nichts, ne? Die waren zu teuer. Äh, was kann Lissop denn so? Golden Pwn, Katten, Felixstern, grüner Stern, der war neu, ne? Ich glaube, der hatte sonst nichts. Oh, nice. Franky, was kannst du denn? Warte, da hatten wir, glaube ich, ein Nippel-Special hatten wir schon. Iron Boxing, hatten wir überhaupt was Neues hier? Ich habe keine Ahnung. Oh, Sanji muss raus. So, Ruffy rein, Sanji raus. Boah, der macht ganz schön Damage. Ah, Lissop, du machst auch erstmal ein paar Punkte. Mächtiger Gegner. So, wieder war Zeit, dass wir jetzt mal kurz einen Konzess machen, ne? Ähm, Riesenpistole? So, weg mit dem Viecher. Oh, der muss weg. Techniker. Storm Cloud Rot. So, was machen wir mit dir? Fireball. Ne, ja, obwohl. Hause weg. Und wir gehen. Um, das ist nicht so. Ja, ich bin. Oh, das ist nicht so. 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 Komm, bring's zu Ende, Ruffy. Nicht schlecht. Plus 21.000. Ich würde tatsächlich mal kurz gucken. Ähm, warte mal, wie war denn hier? Wie war das denn mit Fähigkeiten? Nee, nicht hier. Auch nicht hier, auch nicht hier, auch nicht hier. Wo ist denn Robin? Wie höre ich denn bei Robin? Verschmelzen, hier. Wenn ich da auf Stufe 3 mache. Nein. Äh, da hin. Und dann hier einfach einen wegnehme. Und den hier drauf mache. Was passiert denn, wenn ich die drei noch nehme? Einfach nur mal so zum Testen. Dann müsste ich doch eigentlich... ...richtig gute Dinger verschmelzen können, ne? Aber wer konnte denn sonst noch was machen? Spontanes Bauen. Observations-Arkey. Baller... Ach, das war eher mit Ballerschaft, aber die benutzen wir ja fast nicht. Zubereiten. Er ermöglicht uns immer fantastische Gerichte für seine Crewmitglieder. Den können wir zum Beispiel da rausnehmen. So, zwei hat er jetzt noch. So. Machen wir das. Er hat Sechse. Rashermon haben wir viel benutzt, ne? Tatsumaki benutzen wir sehr viel. So, hat er auch keine mehr. Null, vier. Rafi hat noch vier. Kumkum-Bazooka benutzen wir so gut wie gar nicht. Kumkum-Pistole. Kumkum-Gatling. Die normale benutzen wir eigentlich ziemlich oft. Jet-Gatling. Und wenn dann benutzen wir die? Äh, Jet-Gatling. So. Der nächste bitte. Listop, vier. Komm, machen wir den einmal. Komm, hier drauf. Fertig. So. Nami hat einen. Nami hat kaum welche. Komm, du gehst da drauf. Komm, du gehst da drauf. Null, 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 null. So, und jetzt würde ich tatsächlich das nächste Mal, wenn man muss sich dran denken, ich hoffe, ich vergesse das nicht, dass wir, ähm, Sachen herstellen, ne? Diese Amulette und so. Da ist noch ein Pilz. Okay. Okay. Wollen wir Ruffy wieder, oder? Ich bin ja jetzt ein Stückchen zu weit runtergefallen. Wo komme ich denn da hin? Äh, wie komme ich denn da hin? Bin ich jetzt doof, oder? Yoshi! Ah, da vielleicht kann ich da so dran. Ja, ne? Woll. Das funktioniert also. So, da hoch, mein Freund. Oh, ich hab einen Pilz gefunden. Nur noch einer. Okay, beeilen wir uns und finden den letzten. Boah. Na los, Frankie, hier ist ziemlich eng, also sei vorsichtig. Du hast mich fast runtergestoßen. Haha, tut mir leid, Nami. Ich will nicht gegen dich kämpfen, geh weg. Ah, fass. Ah, verstärkt. Komm, die ballern wir eben weg. Na, er hat Widerstand. Und, äh, schwach. Nimm die. Sehr gut. So, können wir mit dir endlich mal was machen? Storm Cloud Rot. Thunder Breed Tempo. Machen wir den mal. Kornbund. Gornbund. Kornbund, Lissobbund, Lissobbund. Kornbund. 10 Tonnen haben wir, jawoll! Okay, er hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich mir vorgestellt habe. Die müssen auf jeden Fall weg jetzt langsam. Gut, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Oh, die machen uns fertig. Den wollte ich gar nicht angreifen. Oh, Raffi, don't send it. Oh, Raffi, don't send it. Get off. 15 Tausend. Da unten war nichts, ne? Ich hoffe es. Hä? Oh, okay. Da ist noch ein Pilz. Wir haben alle. Hey, das ist ja doch, oder? Halt die Klappe, Spinatschädel. Das ist doch niemals sehen. Hm? Ich habe ihn gefunden, Leute. Den letzten Blubberpils. Was soll das denn? Ich stieh mir nicht die Show-Augenbraue. So heftig, Trottel. So heftig, Trottel. Also, was machen wir jetzt, Sanji? Das ist ja so. Dann ist das auch ein Pilz. Das ist ein Pilz. Das ist ein Pilz. Das ist ein Pilz. Das ist ein Pilz. Ja, dann gehen wir in die Pilz. Sieh-Augenbraue. Blubberpilz erhalten. Können wir bitte eine Yeuza-Reise machen? Äh ... Eisblockruinen? Da will ich doch gar nicht hin. King Kong Garten? Nein. Warte mal, ich weiß gar nicht, wo ich... Seeuferhöhle? Können wir nur zum Eingang. Hä? Ich will doch einfach... Gewitterwolkenruiden, da wollen wir auch nicht hin. Staubruiden wollen wir auch nicht. Adios Haus, da ist es doch. Da möchten wir gerne hin. Juhu! Dankeschön. So. Ich wollte jetzt gerade einmal kurz testen hier. Ja, kampieren. So. Das würde ich jetzt tatsächlich gerne mal kurz ausprobieren. Ich habe, wir haben ja Robin jetzt voll ausgestattet. Ähm. Hut von Ace. Da nehmen wir mal Angriff. Das können wir nicht, können wir anscheinend. Hier. Plus 125 EP. Okay, ich gucke mal weiter. Verbrennungswiderstand. Angriff, LP, Verteidigung, mum, 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 mum. Alter, wie viele Angriff-Dinger wir haben. Wir müssten mal die Billo-Dinger verkaufen. Ja, wir haben kaum welche für SP, ne? Wir müssten einfach mal, ähm, wenn wir wieder so einen Händler finden, den ganzen Scheiß verticken. Kann ich jetzt einfach wieder weg hier, oder? Ah, komm. Scheiß drauf, Party schmeißen wir noch. Ähm, wenn wir so einen Händler wiederfinden, müssen wir mal den ganzen Billo-Scheiß verticken. Und uns vernünftige Sachen kaufen. Oder können wir auch zu den anderen hinreisen. Ja, das ist ganz gut. Ja.